Also, wäre ich ein in den Bäumen hausendes Landei, wo wären meine Computer-Teile? Habt ihr, dreckiger Fisco-Abschaum! Ich bin nicht von Fisco. Wie seh ich aus? Wie ein Arschloch? Vielleicht nicht wie ein Fisco-Arschloch. Aber ich knall dich zur Sicherheit trotzdem ab. Halt! Hör zu! Ich bin nicht von Fisco. Ich will nur Computer-Teile von dir kennen. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich hab schließlich diese Knarre hier. Ja, ich hab auch Knarren. Verdammt! Aber kannst du damit auch umgehen? Ich bin Amerikanerin. Ich könnte einen Großmau wie dich gebrauchen. Macht sich gut vor der Kamera. Ich brauche Material für meine neue Show. Geh da raus und zeig, was du kannst. Und keine Angst zu sterben. Das kommt auch gut vor der Kamera. Danke. Als wärst du nicht schon unheimlich genug gewesen.